Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Borderlands 2 mit dem Sirius Joker. Hey, was soll das? Muss das denn gerade mal sein, sorry. Und wir stehen hier gerade vor Sanctuary und werden jetzt die Stadt betreten. Warte mal kurz. Du zuckelst ein bisschen. Die holen Strahlen. Ja, tu ich das? Und deine Stimme klingt wie ein Roboter. Okay, gut. Jetzt ist es wieder normal. Und du zuckelst auch nicht mehr. Das ist ja seltsam. Seltsam, seltsam. Naja, dann gab es wohl gerade einen Leck. Ich meinte hier gerade diese Strahlen hier. Die oben sehr schön spitz aufhören. Ja, warte mal. Ist das sowas wie ein Schutzschild oder sowas? Komm, wir gehen mal gucken, was das ist. Wenn ich draufschieße, passiert nichts. Oh, hier ist einer. Ein was? Leutnant Davis. Ein Lieutenant. Du siehst aber komisch aus, Junge. Du bist der, von dem Commander Roland besprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe. Aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Ah, anscheinend ist es wirklich ein Schutzschild. Oh yeah. Ich habe den Energiekern abgegeben. Ja, hast du gerade gesehen? Da war doch jetzt gerade irgendwie was oben in der Luft. Das habe ich nicht gesehen, leider. Aber ich gebe mal die Mission ab. Und man kann eine MNG oder eine Pumpgun bekommen. Okay. Ne, hier war gerade oben in der Luft sowas, als würde ein Schild aufgebaut. Hast du die Quest nicht abgegeben, dadurch? Ne. Komisch. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Oh cool. Vielleicht wären wir sonst auch gar nicht reingekommen. Ein Covergänger ist unterwegs zu dir. Oh cool. Ich bin auch noch gerade an der Stufe aufgestiegen anscheinend. Und ich habe eine neue Waffe bekommen, die aber glaube ich nicht so geil ist. Ich auch. Ne, ich nicht. Hey, du solltest aber auch eine neue Waffe bekommen haben. Ne, ne neue Waffe. Ja, warte mal. Also eigentlich, wenn ich eine Quest abgehe, hast du doch auch immer die Quest durch abgegeben. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ähm, kritischen Treffer erhöhen wollte ich erst nochmal. Ach, dann nehme ich die, die am teurer ist, ne? Keine Ahnung. Oder die, die dir besser gefällt, weiß nicht. Ja, die sind aber beide schlechter. Du musst deine Stimme klingt wieder saugeil. Bin ich wieder ein Roboter? Wenn du jetzt einen Verzerrer am Computer hättest, würde ich ja sagen, du machst das extra, um mich zu erinnern. Ja, wahrscheinlich mache ich das extra, um mich zu erinnern. Weil du auch einen Verzerrer hast. Boah, die haben hier voll den Respekt vor uns. Das ist voll cool. Ein Hyperion Moonshot Blitz. Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen. Ah. Oh, siehst du da oben? Ne, da. Ja. What the fuck? Ach, der schießt von oben, von dem T-Fighter. Hm. Boah, cool. Meinst du, wenn ich draufschieße, passiert was? Nein. Wenn ich auch den T-Fighter schieße, ja, das bringt bestimmt was. Äh, trifft den Wächter am Tor. Da ist ein Wächter. Soll ich den treffen auf den Schießen öfter? Schön, dann mach das mal. Oh, vielen Dank, Junge. Okay. Wahrscheinlich konnten wir vorher gar nicht rein. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Trifft dich mit dem Mechaniker der Stadt. Jetzt darf ich die Stadt aufbauen. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Ja, hier fühle ich mich wohl. Ein Wunder von Sanctuary. Soll ich mal einfach anquatschen? Ja, mach mal. Wie ist das so als Kammerjäger? Ist das super? Jede Wette, das ist super. Ja. Ja. Okay. Da vorne läuft einer wichtig rum. Crimson Raider. Gut zu wissen, dass du da bist. Aber Jack wird uns wahrscheinlich trotzdem alle töten. Wir sind zwei. Ähm. Dann wird Jack uns halt töten. Das ist dann... Ja, und euch auch. Ist das dann auch mein Problem? Oder hier ist irgendwas ein Zeichen? Ah, hier geht es auf, wenn man da hingeht. Und dann ist das Spiel weg? Nee. Doch nicht. Oh, Kacke. Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Was? Warum sollte ich den denn jetzt verprügeln? Moment. Da hänge mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überziehe mich mit Honig und überlasse mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ach, du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist so was wie ein Einhorn. Was? Ich klingel so wie einer. Was labert der Fairven-Scheiß? Ich klingel so. Ich sammle mal ein bisschen was. Ja, wir sind anscheinend was Besonderes. Aber das wussten wir vorher schon. Hier liegen überall Sachen rum. Das ist voll geil. Scooter. Wow. Hey, Scooter. Scooter, Scooter, Scooter. Boah, du klingst so geil. Das ist so. Reden wir mal mit ihm. Wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B. Ich hab hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Geil. Darum geht's doch die ganze Zeit. Eieieiei, dann nimm mal. Er hat mir Iridium gegeben, yay. Ja, super genial. Ähm, wo sind die Treibstoffzellen? Weiß ich nicht, hier sind zumindest noch... Diesen Goodies zum Aufheben. Du zuckelst durch die Gegend wie sonst was. Nur so als Info. Hä? Weiß ich nicht. Also deine Aufnahme, deine Stimme. Ich weiß nicht, ob du dich vernünftig bewegst. Das kann ich nicht auf... Ja, ich verwege mich total wunderbar. Ah, ich hab hier eine Treibstoffzelle. Du jetzt gerade bewegst dich auch wieder normal. Das ist deine Stimme auch wieder normal. Ja, ich weiß auch nicht. Das sind so... Also dieses Internet ist... Diese Internet... Entschuldigung, Leute. Diese Internets. Diese Internets. Das ist unglaublich. Entschuldigung, Leute, aber unsere Verbindung hier ist einfach so grottig. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Manchmal klappt es ja auch ganz gut. Wann mal, wo bist du denn jetzt? In die Etage höher. Ach so. Also ich hab hier eine Treibstoffzelle schon gefunden. Ich hab ein Iridium gefunden. Eine gefunden? Ein Iridium gefunden. Die andere Streitostre... Ist hier. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben hab. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Okay, und er redet von schrottfressenden Robotern? What the fuck. Ja, und das ist strange. Müssen wir dem irgendwie folgen, oder? Oder läuft der irgendwo hin? Ja, wo bist du denn jetzt? Hä? Ich kann wieder reingehen. Bist du nicht? Ach so, okay. Nee, ich glaube nicht. Der wollte uns, hat uns doch gerade gesagt, wir sollen zum Markt gehen. Gucken wir uns aber mal ein bisschen um. Solche ist ja ein Waffen, äh, Muni, Muni, Muni laden. Du kannst dir eine coole Granate kaufen, wenn du willst. Rechts. Äh, gut, dann schauen wir nochmal. So. Munition hab ich ja so gut wie voll, wobei es Sniper nicht. Ich glaub ich, ich glaub ich kaufe man keine Munition, weil wir finden ja jetzt wahrscheinlich noch ganz viel. Wie gut gesehen, ich hab hier wunderschöne Sachen, die ich irgendwann ausrüsten kann. Halt, irgendwann erst. Das ist ein bisschen... Lass es nixen, sehr klar. Oh, nein. Oh, deine Stimme, äh, gibt dem Ganzen hier einen ganz anderen... Ups. Oh. Ich verhungere. Ich will eure Babys fressen. Tja, das pikst jetzt ein bisschen. Ein bisschen. Doch, so sad. Du, nur harm. Hier sind, äh, das ist halt der Doktor hier. Die Leute sind strange. Ja, hier sind auch die Medik-Teile und... Soll ich Doktor Z mal ansprechen, oder? Äh, warte mal. Ja, ja, mach ruhig. Aber ich find das total scheiße gemacht, dass man Munition aufheben kann, auch wenn man voll ist. Ganz ehrlich. Aber ja. Ähm, Doktor... Ah, einkaufen geht auch. Okay. Wo bist du gerade? Äh, bei Doktor Z. Okay, gut. Ich noch nicht. Ich musste nämlich gerade... Hier noch ein bisschen rumrödeln. Rödel, rödel, rödel. Nein, ich geh mal... Rödel, rödel, rödel. Ich spreche einfach mal an. Mach mal. So gerne wie ich dich fürs Töten bezahle, aber mir fällt gerade nicht... Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Oh, ja. Danke. Keine Sorge. Niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Ich wollte aber gerade mit Doktor Z reden. Keine neuen Jobs für dich. Okay. Gut zu wissen, er hat keine Jobs für mich. Jobs. Der ist einfach nur ein Stranger-Typ. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist... Das ist, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen hier irgendwo die erste Zelle einbauen. Warum kann man das jetzt nicht? Wir haben Medikids. Wie bitte? Nur Medikids, mir nicht. Soll ich die erste Zelle einbauen? Ja, mach mal. Gute Sache. Ich bin hier gerade so ein bisschen am hacken. Am hacken. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschütten sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt ne Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt ihr quasi im Blut? Blut. Ha, ha, ha. Gott ist der lustig. So, die zweite Treibstoffzelle ist auch drin. Verdammt, wir sind zwei. Ich kaufe etwas von Crazy. Ja, warte, jetzt müssen wir noch... Ja, genau. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Hier liegt ne... Ist ne Quescht. Ja, okay. Roland braucht deine Hilfe. Schwierigkeitsnormal. In dieser Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditengetanter Hyperion-Spieler haben es auf Sanctuary. Abgesehen, sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ja, wie erinnert mich Roland an... Ähm... Bei einer Matrix, den... Den Morpheus. Mit Johnny... Mit Johnny Waffles kann man nicht reden, was? Okay, warte mal, warte mal. Wollen wir jetzt... Wollen wir jetzt erstmal die... Die Kerne hier einsetzen? Also kaufen und einsetzen? Oder wollen wir... Ich wollte erst die Kerne machen, ja. Okay, wo was? Okay. Meine Mission gerade wieder... Umgeändert, aber... Hier ist der Laden, zu dem wir wollen. Wo man dann für... Dings-Punkt-Sachen kaufen kann. Verschwelst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Drecks-Treibstoffzelle gratis dazu. Hahaha. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Aridium. Cash ist was für Clouds. Okay, wir können also hier für Aridium Upgrades kaufen. Er hört dauerhaft die Anzahl Objekte, die du im Safe ablehnen kannst. Was ist denn der Safe? Vielleicht gibt es in den einzelnen, äh, Spelunken sozusagen Ablageplätze oder sowas. Ich fange, soll ich mir Sniper-Upgrade kaufen? Für Munition oder soll ich mir einen Rucksack-Upgrade kaufen? Was soll's denn sein? Hahaha. Eigentlich ist ein Rucksack-Upgrade besser, oder? Ja, erstmal. Ja, ich denke schon, ja. Da habe ich nur noch zwei Iridium. Du weißt, wo du mich findest! Äh. Ja, erst etwas. Achso, die dritte Treibstoffzelle eigentlich hat gerade her. Haben wir jetzt bekommen, oder nicht? Also. Ich stehe die beiden. Auf zur... Also einsetzen. Genau. Wetter hat sich verändert. Es ist Tag geworden. Ja, die Sonne ist, Sonne ist aufgegangen, genau. Ja, also einsetzen und dann werden wir... Ach du scheiße. Was für ein Scheiß. Äh. Hey, warte, wow! What the fuck? Ich dachte, wir wollten... Was für ein Scheiß... Na ja, egal. Wir wollten ja eh mal... Ich spreche mit dem Crimson Raider. Was ist das mit auf der Karte? Achso, mir wäre auf der Karte wahrscheinlich noch Quests angezeigt, die wir annehmen können. Ja. Ja. Da unten ist noch einer der Namensspielchen und da ist noch eine Stein, Papier, Massenmord, Feuerwaffen. Das klingt geil, die Mission. Ja, aber warte mal. Achso. Ja, warte, 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 warte. Wollen wir eine Mission machen oder wollen wir weitermachen? Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Wir können, wenn du willst, auch irgendwie gleich mal eine andere Mission irgendwie machen. Ich meine, zu Roland müssen wir ja eh. Also Roland, dann nicht Roland. Er hat doch gerade gesagt, dass wir Roland eh brauchen. Also zu seinem Haus können wir erstmal gehen. Achso, ja. Das können wir machen, ja. Aha. Hier ist ein Wachengeschäft. Ah, guck ich mal kurz. Ganz, ganz, ganz. Aber die Sachen, die man da kriegt, sind ja meistens eher wie Scheuden. Ja, das ist ein Schwächer. Leider. Ja, hier, die Wum, ah, die... Was ist das denn? Ne, Schwächer. Die Sniper, aber die hast du wahrscheinlich eine bessere. Ziemlich genau das gleiche, aber ja. Crimson Raider Hauptquartier. Öffne, öffne nicht möglich. Hallo? Crimson Raider? Und? Wie sieht's aus? Durchaus. Den Schlüssel bekommen. Oh, lieb. Rolands Haupt... Hauptwelt... Und dann haben wir hier... Ein Echo Nachricht... Ein Echo Nachricht abhören. Äh, jetzt wo du den Roll ans Hauptquartier geschafft hast, solltest du denn nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthaltsort verraten. Speicher Deck upgrade. Jo, Deck. Join the Resistance. Was? Ah, ja. Ah, das... Komm, wir brauchen... Wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das einzige, was zwischen dieser Stadt... Scheiße dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Wow. Cool. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen der inoffizielle Anführer von dem Raid. Ja, es war doch klar, dass wir das sozusagen werden, weil... Alle ihre Hoffnung auf uns setzen. Und hier können wir ein bisschen uns um... Ja, das heißt doch nicht direkt, dass man auch der Anführer wird. Naja, okay, gut. Dann können wir ein bisschen umgucken. Hier liegt eine Pistole, die scheiße ist. Guck mal, das hat echt Stil. Waschmaschinen mit Munition drin. Das stimmt natürlich. Wenn du eine Sniper-Munition findest, darfst du mir gerne Bescheid sagen. Hier ist Sniper-Munition. Hier die zweite von rechts. Die zweite Maschmaschine von rechts. Und hier auch noch die linke... die ganz linke... Stimmt, ansonsten können wir den Rest... Hahaha, ein Iridium. Den Rest drin lassen. Ja, klar. Hier hinten ist der Safe, denke ich mal. Iridium, ey. Aha, ist's. Ja, okay. So hat sich das dann auch geklärt. Wir haben hier übrigens noch jemanden rumlaufen, den wir vielleicht irgendwie nochmal kontaktieren können. Und eine Lady. Ja, dann kontaktieren wir mal die Lady. Du musst nichts für mich tun, außer auf Abstand zu bleiben. Ich beiße nämlich. Ah. Schade. Ich dachte, jetzt geht's weiter. Also das mit dem Beißen geht weiter. Stehst schon. Das mit dem... Ja, genau. Oh, warte mal. Vielleicht sollte mal jemand die Tür zu machen. Ja, aber ich würde gerne da unten... Da ist eine Waffenkiste. Da will ich dran. Ja, wahrscheinlich dürfen wir noch nicht. Mann. Oh, jetzt werden mir noch viel, viel mehr Quests angezeigt. Auf der Karte. Ja, prima. Gehen wir mal nach oben, oder? Ja. Du Roboter, du. Roboter. 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 Dann wir probieren's gleich einfach nochmal ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es klappt. Da ist der Save übrigens. Da gehen wir gleich hin. Aufnahme, ne? Oh ja, sehr gut. Uiuiuiui. Fettes Teil. Uiuiui. Aber sonst ist es hier oben eher... Oh, guck mal, das ist das Hauptquartier. Cool. Guck mal, komm mal her. Ja, klar. Mit dem hier Planungstisch und alles. Komm mal, mein Map... Sieht so ähnlich aus wie unsere... Genau, wie unsere Map. Ne? Draufschießen bringt nichts. Okay. Komm, hier spielen. Ne, ne, das ist ein Dingsbum. Ist okay. Dann... Tavano, wir spielen doch schon. Äh, dann... Ich weiß gar nicht, wann haben wir eigentlich angefangen? Du hast das Teil gestellt. Ich hab's doch eher extra Piepen hören. Ich hab'n paar... Ich hab'n Teil gestellt. Ja, du hast irgendwas... Äh, nicht. Das ist das einzige Piepen, was ich geh... Was... Piep. Weiß nicht. In deinem was? Achso, ja. Piep. Kann man das nicht irgendeinem... Artikulieren? Äh, eigentlich müsste man das auch irgendwo auch mal sehen oder so. Ach ja, übrigens, wir haben grad eben was bekommen, äh, unten durch die Quest, dass wir einen dritten Waffenslot haben. Nur so als Info. Oh, ja. Sehr nett. Deswegen hab' ich jetzt noch ne Pistole. Sehr schön. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, dass wir... Ähm, jetzt eine Pause machen und dann in der nächsten Folge den Safe aufmachen. Genau. Den Tresor knacken. Genau. Sehr gut. Dann hoffe ich, ihr seid ihr nächstes Mal wieder... Nächstes Mal wieder dabei und bis dahin macht es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.